Mein erstes politisches Thema außerhalb der klassischen Politik war eigentlich das Thema Tierschutz. Das hat vor 25, 28 Jahren einige ein wenig verwundert, dass ein Mensch wie ich, der Fleischermeister von Hause aus ist, sich mit Tierschutzfragen beschäftigt, hat dann zu einiger medialer Aufmerksamkeit geführt und am Ende zu einer Begegnung mit Petra Roth, der damaligen designierten Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, die mich dann eines Tages anrief und fragte, ob ich nicht Lust hätte, im Frankfurter Magistrat mitzuarbeiten. Der politische Streit um die Sache ist das Wesen der Demokratie. Trotzdem habe ich das große Glück, dass seitdem ich dem Landtag angehöre, seit 1999 wir in Regierungsverantwortung sind und insofern wir natürlich auch mehr gestalten können, als das eine Oppositionspartei kann. Trotzdem geringschätze ich die Oppositionsarbeit nicht, bin trotzdem lieber in der Regierungsverantwortung. Der Parlamentarismus und die leidenschaftliche Debatte machen mir Spaß. Der Fraktionsvorsitzende ist immer auch so ein bisschen der Generalist. Das heißt, ich habe die Chance, mich mit allen Themen, die von Relevanz sind, zu beschäftigen. Das alles zusammengenommen ist ein toller Job, ohne dass ich das mit dem Wort Job geringschätze, sondern das ist eine wirklich tolle Aufgabe und die würde ich gerne noch eine Zeit lang weitermachen. Als Handwerksmeister, als selbstständiger Mittelständler, der ich immer noch bin, liegen mir natürlich Themen der Wirtschaftspolitik ganz besonders am Herzen. Vielmehr auch die Befassung mit den Jobs, die es in den Unternehmen gibt. Einer meiner zentralen Baustellen im übertragenen und teilweise auch Wortsinne war der Bau und Ausbau des Frankfurter Flughafens, der in meinem Wahlkreis liegt, wo ich immer gesagt habe, jeder Job, den wir dort schaffen, stabilisieren können, aber auch neu schaffen können, ist ein wichtiger Job, gerade in einer Region, in der es zum Beispiel nicht so viele Blaumann-Arbeitsplätze gibt. Ja, ich habe das große Glück, dass meine Frau auch aus einem Unternehmerhaushalt kommt, so wie ich. Also auch gewohnt ist, dass etwas länger als im Durchschnitt gearbeitet wird, viel Verständnis hat, auch sieht, dass ich Freude an dieser Aufgabe habe. Meine alte Leidenschaft flammt gerade wieder so ein bisschen auf. Ich habe mal als junger Mann in Köln in einer Band gespielt, Gitarre, und habe jetzt wieder ein bisschen Anschluss an die Musik durch eine Band hier in Rhein-Main, die mich gefragt haben, ob ich hin und wieder bei Benefits-Veranstaltungen dabei sein möchte. Ich habe gerade zum 60. Geburtstag von meiner Frau eine tolle neue Gitarre geschenkt bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ja, und wenn sie mal und die Kinder nicht da sind zu Hause, setze ich mich irgendwie in die Ecke und versuche ein bisschen, ja, wieder zu beleben von dem, was ich schon mal besser konnte, nämlich Gitarre spielen. Ich war ein etwas unruhiger Schüler, ein, ja, ganz guter Schüler durchaus, aber ein Schüler, der immer sehr, sehr gerne und viel geredet hat. Mein deutliches Fingerschnipsen, um vom Lehrer gefragt zu werden, hat manche genervt. Ja, in der jüngeren Geschichte war es der Tag des Mauerfalls. Der Tag im November 89 wird wahrscheinlich niemanden von uns mehr aus dem Gedächtnis schwinden. Und da wäre ich schon ganz gerne am liebsten in Berlin dabei gewesen. So war ich halt nur Zuschauer wie viele in Westdeutschland. Ja, ich meine das jetzt gar nicht zu pathetisch oder phrasenhaft, aber ich wünsche mir, dass meine Kinder und Enkelkinder und damit alle der nachfolgenden Generationen die Chance haben, in einem so friedlichen Land aufzuwachsen, wie ich es erleben durfte bisher. Wir machen durchaus Dinge Sorge. Wir müssen schon schauen, dass Menschen bei Wahlen und dann auch unterjährig zwischen Wahlereignissen Orientierung finden im Parteienspektrum, allerdings eben im demokratischen Spektrum und nicht ganz links oder ganz rechts außen.